Es ist schon ein bisschen cheesy geworden, aber ich kriege es so ein Verschläge. Das ist, warum ich hier bin. Ja, wenn jemand sagt, dann gibt es einen Scheibig-Hungering, aber ich vermisse es. Das ist auf die alte Seite. Gedenkst du nach den Jahren? Oh, langermaßen. Ich weiß, wie sagt es hat und so. Sag mal, als Schuh. Mensch, ich kenne so ein Funny. Ich kenne Koffie, ich kenne Alkohol, ich smoke nicht. Wie ist das Film? Schmilly! Deine Mom-Podcast. Schuhlame Bruch, Hauweirem, Kerruyvam, Alle was checken heran in dem Ghushefum Programmen, in der Scheinem, Scheinem Podcast. Welcome back everybody. Deja willkommen in dem Studio. Als special guest, Leibi wieder. Leibi ist bekannt in dem Musik-Entertainment, in singen, in acten, in auch die behind-the-scenes, sei das auch von den Videos aus Kimmen Na Roos, von Lachaym Naches, die internpläys, oder von Singen und Spielern, ist vergassene Live mit Musik-Videos, ist eher der, der sitzt behind-the-scenes und er editet die Videos, und er editet die Audio, und er macht uns alle Singers auskicken, geht, wie ihr in Semmer, bei Emels oder so geht, ist, Zaira sagt von ihm, kommt mir requestet, ich habe eine Sache mal gefragt, wen wir aufzubringen, und Leibi wieder, die bist Eibi gewesen, eine starke Nummer, was, ja, bei Emels, da gibt es viele Fans, auch da. Viele Fans. Also, ich glaube, alle anderen. Ja. Ja, ja. Von wie meinst du das accumulieren, die meisten Fans? Von Hask? Von Intern? Von Jedidem? Von Mechaderem? Von wie, von wie kommen dann die meisten Fans? Wenn ihr mir gebt. Okay. So, first of all, ich komme zum Beispiel, ich komme mit Ihnen zu tun, es ist ein, 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 werdet euch ein bisschen zu trava. Da guack ich euch das soj Northeisch an! Lunchkröre. Balance ja, einige Kinder, da sind keine Kinder j家. Ich weiß nicht, was sie geworden sind, als sie im nette kinder kennen wie sieore Fans. Ja. Ich kiege sie schön aus. Weil kuránhliche diese, die haben die, die sónige die Dareывает dieser, wie ich bin. Ja, wie ihr ihre Gott kieli. Also wie ihr Fans! Fह nicht so luglt hatten, aber es ist die Leute wie mich Euh sind. Genau. Sie sagen, was ich tue, und da habe ich mich gechoßt, was ich tue, und natürlich ist es mein Pannus auch. Und, you know, ich nehme es als ein Kompliment, aber Fans, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du das falsch sagst. Sie sagen, das ist nur der Weg, was ich tue. Du bist nicht so komfortabel mit dem. Genau, weil ich es nicht. Deshalb ist es eine größere Verantwortung. Ich höre, ich höre. Also, als Menschen vorhin, wenn du redest, dann redest du mehr Low. Aber in der Choir, wenn du singst, hast du die Highs. Korrekt. Du wirst nicht vermischt, wenn du mit dem Singen singst, dann singst du Low. Nein, ich kenne, ich kenne, ich kenne, ich kenne nicht, wenn andere Menschen singen. Ich kenne das auch nicht. Also, das ist mein Talking Voice. Ich höre, ich höre. Wir sollen zwei Menschen reden. Ich sage, Menschen sind actually surprised, wenn sie reden mit mir auf dem Telefon, oder wenn man losst voice notes. Und dann, by the way, die redest du ja, Low. Und wenn du singst, wie sie arbeitet. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist mein Talking Voice. Aber wenn man singt, das ist ein bestimmtes Weg, wo ich nicht meine Voice. Also, ich kenne das auch nicht. Aber da sage ich mir, wenn Menschen in der Choir singen, ich singe das ganze Zeit aktiv. Ich sage mir, ich singe die Melodie auch nicht. Also, ich kenne das auch nicht Low. Also, ich kenne das auch nicht. Ich kenne das auch nicht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich kenne das auch nicht. Ich kenne das Choir. Ich kenne das kleine Cover für Neuven. Ja. Okay. Aber als Bucher hast du singen, darf ich nicht singen als Bucher? Das ist mein Bucher. Ich kenne das auch nicht, wie sie am Buschern oder so gut. Ich weiß nicht, was mein Bucher hatte mich nicht so ganz speziell. Ich kenne das jetzt mal mit Josse und Le Flea. Man hat es ja auch geblasen. Ich kenne das auf den Chir in den Choir mit allen Kindern. Ich kenne das auch irgendwie eine halbe Fiss daran in, in die... In die Musikfilme! Ich hab's, was ich singen im Choir? Ja. Ich habe auch schon in einem Choir singen. Ich habe auch schon in einem Choir singen. Aber ich habe auch schon solo. Also ein Geist. Ich meine, bei einer von den Egenen habe ich das Schieren gemacht von allen Kindern. Es gab acht Lines und jeder hat sich eine Line im Sänger. Ich habe zwei Werte über die Lines. Wenn du das willst, benutze ich das. Als Kind habe ich das gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen von Chaneke das war der Choir. Der Choir. Ja, ja. In Dörten bin ich auch in Dörten. Ein größer Choir von Kindern. Ein größer von 15, 16 Kindern. Vier Kinder sind die Solos. Ich habe auch schon gesagt, sie sind von den vier. Aber ich habe auch noch nicht gesehen, wie ich mich singe habe. Ich habe auch schon gehört. Ich habe auch schon gesehen. Ich habe auch schon gesehen. Ich habe auch schon gesehen. das war riesengelnd. Es war sehr riesig. Es war sehr riesengelnd. Es war sehr riesengelnd. Es war sehr riesengelnd. Es war riesengelnd. dass ich die Eltern singing wie ein fotes Gassar молkt, Ich denke, ich kann ja, aber... Aber es ist immer so populär. Es ist immer so ein Problem, wenn ich das war. Ich wollte das immer. Ich wollte das immer in der Division. Ich wollte das immer. Es ist immer so ein Personal. Ich habe es gut in, ich gehe an. Ich denke, wenn ich das als Bucher singe, mit diesem squeaky voice, kann ich mich von finden? Ich weiß nicht, dass meine Vosier nicht anders ist. Als Bucherin habe ich auch noch ein bisschen singen, ein bisschen in Camp, Gramen und Sofzimmer. Als Bucherin ist hier, habe ich auch noch ein bisschen die Pläne gemacht, und ich habe auch noch ein bisschen die Besmeidungen gemacht. Aber damals ist es noch ganz ... Ich meine, meine Vosier nicht anders ist. Ich weiß, dass ich die Vosier immer anders veränder, aber er hat sich immer noch einen ... Ein deeper Vosier. Ein in-between Vosier. Der Vosier ist ein Vosier. Aber ich denke, dass ich mich nicht anders veränder, von anderen ... Zumindest die Gedenken, dass ich immer so heusig mache, oder so sein, weirr. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Und Pläne, hast du schon auch gut gemacht als Kind, als die Jungen dreht Pläne mit Skits? So ... Ich weiß nicht. Ich mache das so wie alle Kinder. Jeden an einem Spielschabends noch Mittag, mit einem Blanket, mit einem Knie, ich weiß nicht. Alles. Ja. Ja. Und ich blege natürlich ein Joint Pläne, aber es ist auch gewesen. Die Poor Pläne sind gewesen gewesen. Es liegt einfach ein Kiel, nach dem Böbel. Ich bin aufgewachsen mit diesen Sachen. Und ich glaube, ich kenne mich auch sehr weinig. Alle Pläne und alle Sachen. Ich bin auf jeden Fall in Yeshiva, 15, 16, und wir haben uns entschieden, für irgendwelche Gründe, es ist gewesen, wir machen ein Pläne, mit einem bisschen Medrisch, vor allem anderen zu sein, mit anderen Menschen, mit denen es ist. Und dort haben wir uns umgegangen mit den Plänen, dort haben wir die erste Menschen gemacht, in der öffentlichen Allianz. Und dort haben wir uns umgegangen in die andere Richtung. Und die kleine Pläne sind. es wird uns umgegangen und er wird uns umgegangen mit einem Rosti-Brenz. Ja, also hast du nicht geägt, dass du während der Pläne produziert? Genau, so, noch einmal nicht, weil ich habe gefühlt, dass ich mir ein Special Pläne habe, weil also meine Augen sind und ich habe auch getrugen, dass du nicht mit dem Eindruck kennst. Also, du bist einfach nicht mit dem Eindruck, du bist einfach nicht mit dem Eindruck, in dem wo es ist. Aber du bist nicht mit der Lager an, also nicht mit dem Eindruck, 100% Du sagst, von jetzt warten wir, ruhig und fertig. Ja, das ist auch die selbe Sache für Fans. Ich fühle mich nicht so, als ich habe etwas geteilt. Und du willst daran gehen ein bisschen deeper, und wie ich bin, kann man alles machen. Es ist klar, wie du es sagst. Es ist einfach schwer, als ich so komme und du. Weil es ist nicht einfach, weil es ist auf jeden Fall gesiegt. Dann kam ich gerade, dass ich singe. Dann kam ich gerade auf Plays. Und wenn du sagst, ich bin quiet, ich bin in meinem Corner, ich bin nicht ganz laut. Bist du beide? Bist du sehr schreien? Ja, ich bin in meinem Comfortzone, zwischen Freunde oder so. Ich bin okay, ich weiß wie aus. Aber in general, ich bin nicht so Menschen, die rauskicken, und sie sind auf der Stelle. Ich denke nicht, dass das mein Typ ist. Es ist nicht etwas, was gebraucht, die kippt. Und jetzt zurückkicke ich, woher ich bin, in meinem Leben, die Yeshiva, die Plays, alles geliebt sich, wie ich in meiner Hand habe. Und es ist nicht etwas, was ich kein Mensch getracht finde. Es ist ein bisschen besser, als wenn ich sage. Ich meine nicht, ich bin grünisch, oder so. Obviamente, ich bin in der Arbeit, und jetzt ist alles du. Ich arbeite darauf, und ich versuche, die werden besser. Aber es ist nicht etwas, was ich kein Mensch getracht finde. Und wenn jemand eine gewählte Wahl hat, dann denke ich nicht, ich werde es nicht gewählt. Nein. Ja. Was hast du nicht lieb, in der Publikation? Es ist nicht lieb, es ist nicht lieb, es ist nicht ich. Es ist nicht etwas, es ist nicht etwas, was geholt wird. Interessant. Ja. Ich habe auch geholt, zu sein als Sänger, ich habe auch einen guten Gelen, ich habe auch einen guten Gelen, ich habe auch einen guten Gelen. Ich habe auch einen guten Gelen. Ich habe auch einen guten Gelen. Ich weiß auch viele Gelen. Ich weiß auch nicht, aber immer sind wir beide. Ja, ja. Wenn man eine Message von einem, als eine Tochter oder eine Schwester, die ist nicht gesund, und sie hat eine gute Idee, und sie hat einen Fan verlieben, schickt mir eine Video. Happy Birthday. Die gehst da an an, und ihr sohn, und sie sagt, nee, was will ich mir aus? Ich bin hier, ich darf es nicht. Die gehst da an an, auf dem Motto zu sagen, hey, Kiko und Dudu, ich kann Toshens an Leben, ich kann den Maranblues nach hier. Ich lasse mich nach der Video. Definitiv. Ich habe von denen gemerkt, dass, als unkümmer, was ich als Kind nicht, was ich wollte. Aber natürlich bin ich jetzt. Und ich continue mit dem Team, weil ich sehe, ein bisschen der Grund, was ich bin, weil Menschen verbunden, und ich bekomme sicher auch alle Komplimente, und Messungen, und man kann sehen, wie es ist, wie easy es ist. Sie machen einen Stück, nur mit der Schmeichel oder mit der Schmeichel. Ich weiß, was ich mache, was ich mache. Ich nutze es ja von ihm. Ich weiß, es ist nicht etwas, was ich will choose, aber ich mache es und ich muss es gut machen. Ich darf es deliveren. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Es wird ein bisschen cheesy, aber ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ja, und du machst das Video? Ich mache es nicht. Sie weiß es nicht. Es ist ganz overwhelmed. Sie hat es in Covid-19 gewonnen. Es ist nicht gefährlich. Einige Leute schicken. Sie vermitteln sich nicht. Viele Leute müssen mich schicken. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich gehe mal in der Office oder so, ich gehe mal ein Video. Ich gehe mal an Looschen für ein Birthday. Wie ist das eine Routine mit Moosl? Als ich ein Roosgeben mache, dann mache ich das für eine Anahein. Ich gehe mal ein Birthday. Ich habe die Idee. Ja, aber es macht sich immer alles, was sie zogen. Ich habe das Gefühl, dass sie selber ein Poerwerter ist. Ich habe das Gefühl, dass sie selber ein paar Werte sind. Ich habe das Gefühl, dass sie selber ein paar Werte sind. Die haben sie nicht. Nein, ich weiß es nicht. Sie macht es gut, dass ich das Handy habe. Ich dachte, dass ich das Handy habe, wenn ich meine extra Nr.e. auf Social Media habe. Das ist auch eine Stäris. Das macht mich nicht die Liefde als Personal. Ich schaue die Stäris wie das ist. Das ist Personal. Ich habe schon eine Copy-Paste-Message. Ich habe mich mit allen. Aber ich poste auch nicht Stäris. Sie posten auch nicht Stäris. Sie posten auch Stäris. Sie posten auch Stäris. Sie posten auch Stäris. Das macht es nicht. Das ist die Message. Ich weiß es nicht, dass ich sieben Menschen in meinem Kontext kennen. Sie sehen die Stäris, weil sie mich zu followern. Sie wollen mich mit allen. Sie wollen mich mit dem Publikum bauten. Ich oppe mich auf Instagram. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Stäris ist echt personal. Ich weiß es nicht. Ich mache mich auf Stäris. Sie machen die Appanhation. Sie wollen mich mit allen. Sie wollen mich mit allen. Genau! Sie machen sich gleich die Stäris. Und ich habe diese Message. Ich habe keine Persönlichere Informationen. Ich weiß es nicht. Danke für das Entstehende. Aber ich habe jemanden mit meinem Kontext. Sie können es nicht mehr so zählen. Wie ist das denn das Gespräch? Wie ist das Gericht nach dem? Ich habe eine Geschichte. Dann schreibe ich die Message und dann sage ich die Menschen und ich werde mich überrascht. Okay, ich verstehe. Ich sage Menschen, ich habe nicht Instagram, oder was auch. Sie ignorieren es nur? Ich schreibe es nur. Ich schreibe die Message in der Weg. Ich schreibe meine Pointe. Man kann es echt nicht mehr in die Conversation warten. Das ist meine Boundary. Ja, nein. Ich kenne dich, ich kenne dich nicht mehr als Status. Was ist anders? In einem schönen Weg. Erstens, ich poste einen Tag. Ich schreibe, ich poste einen Status. Ich schreibe die Sachen auf Instagram. Ich schreibe die Sachen auf Instagram, oder? Ja, das stimmt. Die Sachen auf Instagram. Alles klar. Alles was... Relevant suchst du auf Instagram. Wenn du willst, schenkst du mein Packluck in Lakewood. Aufbegegst du deine Tochter von Bauerpark in Wörgensburg. Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wenn die Beziehungen kommen. Ich meine, die sind schon länger als ich. Das macht Sinn. Die weiß doch auch so. Ich bin noch in Bauer in der Schiebe. Und sie singen auf dem Mischarren Album. Right. Bist du noch in Bauerpark? Ja, ich bin noch in Bauerpark. Wie alt bist du? Ich bin noch in Bauerpark. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Du bist geboren in 89, 88? Nein. 91? Später. Ich bin 1990. Okay, ich bin 92. Die singst du länger als ich? Ja, ich bin Wenn ichอง zu singen kann, in die Näheir necessublrants. Wenn es nicht in die Näheirin geht, oder ist es nicht in die Näheirin. Wenn das zwei Zettlichkeiten zusammengefasst wird, dann geht es ... Ja, ich denke die erste Job, das war in die Näheirin. Das kann man aussehen, wo es nicht in die Näheirin0 hat. Ja, wenn wir es nicht in die Näheirin zu nehmen. Ich meine das erste Job, wenn ich es nicht in die Näheirin geht, Und sie standen und schmissen in der Runde und ich dachte, etwas hat, ja, der Buch ist. Ich kann es sagen, aber... Ich habe es geschmissen mit dir, oder man hat es geschmissen? Nein, ich habe es geschmissen. Wir schmissen in der Runde und ich habe die Zigarette. Aber du bist schon ein bisschen weit weg. Du bist ungeheuer mit dem Scharrer. Ich habe ungeheuer mit dem Scharrer, ja, ja. Wer, kein Blum, weil du dich ungeriefst? Das ist auch eine interessante Sache. Du willst dann in den Details stehen, aber um eine kurze Geschichte lang zu machen, ich pflege einfach meine Chemie. Und einer der McKimie-Jabs ist, ich meine, weil ich hier die große gespielt habe. Und ich suche mich, wow, ich weiß nicht, was ich... im Choir, oder was auch. Und ich gebe mir ein Fach ein Blumen von meinem Namen. Und in jener Nacht, ich habe das Job mit Rackland-Kosher, und ich habe keine Ahnung, Kim. Sie singen damals Dudi Knopfler. Und... Löffler, die Percussion, meine Löffler. Und ich bin ins Drei. Ich habe keine Ahnung, was geht vor. Aber mit Rackland-Kosher? Ja. Ja, ja. Wow. Und das ist das erste Mal, wo du in der Musik-Business ging, noch in der Musik-Business, noch in der Musik-Business, für Geld? Ja. Das erste Mal. Und das ging von Job-to-Jabs. Also, ich habe immer noch einen Choir. Aber Berke, ich habe einen Choir. Aber später hat er auch in der Company. Ja. Ich habe das auch noch ein paar, gleich noch später. Als ich jetzt haben möchte, Motherışe, dass ich ein Choir sehe, dann meine Lied. Vielleicht ist es auch ein Rрупches. Nein. Er war basically eins. Ich habe eben die Crew, ich bin wahrscheinlich mit gewählten. Ich habe Knopfler, Leffler, Motherışe, dann komme ich in Blomennfeld und ich. Ich habe alle E-Leute, sie sind noch in jeder Zeit. Ich habe immer das zweite Set. Gebre. Vielleicht kommen wir nach Polen und spielen Trombone. Josef Vorkos? Ja, richtig. Der Mann spricht zack. Er ist in der Welt. Fahre mit Schorren, was die andere Nummer geht? Nein, mit Schorren habe ich keine Nummer. Ich habe mich schon gehalten, aber er ist eine dritte Sphäre-CD. Welche Engels singen Sie auf der Sphäre-CD? Du denkst? Ich habe gequitscht. Er musste mich hier singen. Kannst du das hören? Lass du das. Ich habe dich schon zwei, drei Mal. Ich denke, ich habe dich schon gesehen. Ich habe dich wirklich gewohnt. Ich sage Ihnen, dass ich mich schon gesehen habe, wenn ich nicht finde, die ich mit Schorren habe. Nein, das muss ich nicht wissen. Wow. Ich habe mich schon gesehen. Ich denke. Ja, ich denke. Und warum hast du immer gelassen mit Schorren? Du hast mich schon gesehen, wenn ich mich von Willensburg bin. Ich bin klein und neuntert zu ihr. Nein. Du hast du mich schon gesehen. So in between we can see the intern plays Oh, so slowly, slowly Yeah, there's a lot of things happening here Ja, ich sehe, ich sehe, da halten dem 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 Mahallig, wie sie gewinnen, so unabhängig mit Schaderem Backup, backup vocals, noch da mussten bekamen Solos of the CDs Solos is a step ahead, right? Ja, so, als we es gewinnen, sei CD ausgestalt als a feature in the choir members So we can see that we can sing a little bit of the choir and others sing a little bit of the choir Right, we can sing a little bit of the song So we can see that Ja, we can sing a little bit of the song We can sing a little bit of the song How do you think? I'm in a studio Okay, so all of us have a little member of the choir We've got a day job at that point We've got a video editing, Sean Nah, nah, nah We've got a team there I'm going to work in my office basically Amazon, meyne, meyne, whatever Your office job In the night we sing in the choir We've got a year old We're not going to work, we're not going to that We're going to other days We're going to other days You're on your old side, you know From the next night Das ist nicht so, Jürgen. So ein Grünem took, bei Kim Stavonkel, von Nijhozer, von Jürgen. Oh, langermaßen. Wie ist das? Wie ist das? Aber, um eine kurze Geschichte lang zu machen, 8 Tage mit Kimi gerade. In der Play-Zoß gemacht wurde, als Bögerin in Schiw. Ich habe mich mit einem Kamp-Böger gemacht. Das war ein Mädchen. Wie ging es nach Madrig? Ein halber Zimmer, als Schuwen. Wenn ich wenigstens bin. Aha, und dann hast du das Spiel gemacht, okay. Sie haben mich eigentlich gerufen damals, als ich einen halben Tag mache. Gibt es mir ein paar Kanten als einer, die Pläne macht? In der kleine Zirkel, wenn die Menschen gekommen sind, dann haben wir drei Uhr Pläne gemacht. Dann haben wir keine Sachen gemacht. Dann können wir uns umgehen. Dann haben wir noch alte Pläne gemacht. Dann haben wir uns umgehen. Dann haben wir eigene Scripts gemacht. Dann haben wir gemacht, mit Sound, mit Light, mit Make-up, und die ganze Sache. Dann haben wir gesagt, wir sind alle raus. Also ja, es ist gewöhnlich. Es ist nur Videos von ihm, es ist nur DVDs. Um es kurz zu machen, einer von den Musikern, die ich gegangen bin, von Mekimi, hat gesagt, du, Monsi, du bist da in Frenkel. Ich verliegte eine Sache mit ihm, und einmal habe ich geborgen, einer von den DVDs, und er rief mich den nächsten Tag, und er suchte mich, als, hast du mir nicht gesucht, wegen der Pläne, oder was auch. Er suchte mich, das ist Jossi Frenkel. Wow. Wie geil dafür. Jossi Frenkel, von der Pläne. Jossi Frenkel. Ich kenne ihn. Ich bin nicht sicher, der Röte geboren, der kleine. Ich meine, ich musste letztens auf Monsi. Ich weiß nicht, wer er ist. Nein. So, der Spieler von Mekimi gibt mit dem Frenkel. Er ist eine Tate. Oh. Wie heißt er? Wie heißt er? Nein. Er ist eine Tate, du wirst Arne spielen. Okay. Ich kenne ihn als zweite Bruder. Ich kenne ihn. 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 Er suchte Jossi Frenkel eine Tate. Ja. Er hat sich die Tate, ich habe gesehen, wenn er eine Tate. Er hat sich jemalchen. Ich kenne ihn nicht. Das war die Verbindung. Er hat sich nicht direkt gelieckt. Ich kenne ihn. Und er hat sich anders. Er hat sich eine Tate? Ich schickte die Tate von der Gäbber. Und ich war so auch mal mit ihm. Und ich kenne ihn mit Jossi. Und mich oben auf die Tate. wie viel ich kann, was du hier in die Pläne bekommst. Ja, in Schönen. In Rehearsals. Ja, in Schönen. Ja, in Schönen. Ich habe gesehen, die Videos. Und gleich hat sie gemacht. Wir haben 100 Millionen Dollar gekontragt, für die nächsten zehn Jahre. Ja, das ist so klein. 100 Millionen, das ist ja. Ja, das muss jemand sagen. Ja, die vergesst. Leiby. Ist das? So hast du schon noch gesagt, was ist nicht so, wie ich mich gegangen sehe, wie ich an sich wohl sagen darf, auf der Pläne. Sie haben dich geliefert. Sie haben gesagt, mit der Singen nocht. Ich ging nicht nachschauen. Ich war in der falsche Pläne, in der falsche Zeit. Das ist so. Das ist nicht so. Wir sind in der falsche Zeit, in der falsche Pläne. Also bist du umgekommen zu der Pläne. Ja. Und in der Pläne ist du hier, du sagst Jülhersh Vox. Ja. Und, und, man verbrengt das auch bei Rehearsal, whatever. Er schreibt das Script Jülhersh. Er schreibt das Script. Wer teilt die Titels? Wer sucht die Gesande? Abadine, die Gesande, der König. Zu wem darf man sich dort nachschauen, wenn man die Position gibt? Es ist ein langer Prozess. Es ist nicht einer. Es ist ein Gruppe von Creatives. Ein Kommissar? Ja. Gerade jetzt komme ich von einem Meeting. Danke. Aber es ist... Es ist sicher, du darfst dich ein paar sein. Ich weiß, fünf Jahre. Aber ja, nächstes Jahr. sehr gut. Sehr gut. Meine Arbeit ist da. Und natürlich, man macht sich mit der Masse. Man weiß sich, wie wir sind. Man sagt, man schreibt mit dem actor in meinen, er ist Demi in Part. Whatever. So, dann ist das eine spezielle Formel. Anyway, wie sind wir verfolgen? So, ja, das ist gewendet, und wir reden jetzt mit Jülhersh. Oh! So, noch ein Spiel. So, wie ist die Mannschaft? Wie ist das? 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 In einem diplomatischen Weg? Ja. Ja. So, ich bin gerade Backstage in einem Spiel. Ich bin ein Bild. Ich habe es ein Bild, aber es ist interessant. Wie ist das? Backstage beschafft, wenn man andere Szenen und sich auf die Städte und dann haben wir zusammen gemacht, nach dem Deal, halbwegs, und dann sage ich, wie komme ich noch Jantef? Und dann kommt noch Jantef. Und dann sage ich, sie ist schon, wauw, schon bald zehn Jahre später. Welche Interne ist das gewesen? Mein erstes Interne ist das gewesen, Internschrift. Das heißt, wauw. In dem Fall, die Internschrift schon zehn Jahre später, sie machen schon die Play, bald zwanzig Jahre. Ja. Zwanzig Jahre. Um, mehr. Mehr, meine Damen. Ich bin als Bruder bei Internfenster, in 2006. Ich bin als Zweite. Ich bin als Zweite. Ich bin als Zweite. Ja, Internfenster. Ich bin als Internbank. Internbank. Ich bin als Bankant, die erste. Ich bin als Beirut. Ich bin als Zweite. Ich bin als Zweite. Zwölf. So, ja. Es ist ein Eindruck, als Sie noch sagen, von den größten Actors. Die Bakkems größte Paar, als die größte Paar des Plates. Sie werden größer jedes Jahr. Sie wünschen sich. Ich sage, Sie müssen nur die Bäume in der zweiten Szene. Ja. Ich bin als Zweite. Es ist, ähm. Sie haben gewonnen, Sie haben gewonnen. wenn man von jedem eine Position beteilt, und Sie sind hier. Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Es ist okay. Ähm. Nein. Sie sind immer gewonnen. Sie sind immer gewonnen. Sie sind immer gewonnen. zumindest zwischen uns. Sie sind echt nicht, so wie ich, ich, die ich... Jeder eine, was sie involviert in der Play, ist, du, Sie machen, um sie arbeiten. Und ich sage es, und leise es auch an, und es ist eine andere Sache. Es ist eine andere Sache. In Ordnung, wo sie arbeiten, sie sein, sie sein, sie sein, Das ist ein König, das ist da für sein. Das ist ein Geheimdienst. Genau, man kann nicht machen einen Play mit größeren Actors. Und das ist auch ein Wort, das man nicht. Du kannst kleine Parts, nur kleine Actors. Meaning, du kannst immer einen Actor, wo es hat eine kleine Part, und eine andere Part, und ein Teil geht, und du hast ihn auch nicht mehr. Und er steht auch nicht mehr. Und du musst dich schon überwiesen, du kannst dich von einem eine kleine Part, eine Szene, für zehn Minuten, das ist ein Moment, und Menschen denken das. Also, man sieht das echt schön aus. Größe Part, kleine Part. Jeder weiß, wo sie verkaufen, und jeder versucht, das Beste, das sie können. Sie bringen value. Das ist eine große Sache. Und sie nimmt ein ganzes Team von allen meinen Menschen, und sie arbeiten. Also, das arbeitet nicht mit Größe, Kleine, man sieht nicht aus. So, Rika, bist du noch, was du herrscht, dass du den Play, und du erinnertest, dass du ihn mit dem, und du bist natürlich auch erinnert, dass du ihn mit dem. Ja, so haben wir den Switch gemacht. Wieso? Wieso? Ich habe auch den Switch gemacht, ich habe angefangen, dass sie mir das zu schieren. Oh ja? Ja. Okay. Und ich habe es gemacht, sehr smooth. Ich habe mir gesagt, ich habe keine Messie, ich habe keine Weitugloss, du hast auch feelingsinvolved. Wieso ist das Tiersmanöver? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es gewöhnt, sehr smooth. Ich habe nicht gewöhnt, ich habe nicht gewöhnt, ich habe nicht gewöhnt, du hast mir geschickt, dass du dich auswählst, und du hast es nicht geblattet? Nein, nein, du hast es nicht geblattet, einfach einmal, das ist ein zweites. Okay, gerade noch, als ich habe mit dem, die Idee, die Idee ist, ich habe nur ein oder zwei Jobs, weil sie mich hat gebookt. Die Kunden wollen, ich will für sie singen, solo, weil ich sie in dieses Vierzeigen sägelt, so dass wir sie nicht mit dem, aber ich habe noch eine, zwei Jobs gemacht. So das war ja auch so, ich bin da mit dir, so es war ja, so es war ja auch eine eine klasse Transition. So war ich, und die anderen gesagt, nicht über mich, So es war ja auch so, dass man 그것 kann, an den Kon fermentern. Nice, du hast alle, dass man das Annahe zu generieren, ich habe mich gerade gemacht, aber der Fans, die passive, Das ist der nächste Level in der Highschool. Interessant, wenn du siehst, wenn du bei McKimie bist, und McKimie hast du von 1. bis 2. Und mit Frenkel. Ich gehe auch zu McKimie. Mein Favorit-Spieler, wenn ich zu McKimie gehe, ist er ein Lokal, er stellt sich zu, ist Laserweeder. Shoutouts von Laser. Wie viele Brüder sind das? Wie viele Geschwister sind das? Das sind vier Brüder, das ist es. Wie viele Brüder in der Brüder-Familie? Ja. Wie viele Brüder bist du? Ich bin der älteste. Ah, die Brüder. Und du bist noch ein Brüder, wo du ein Mann ziehst. Das ist auch gerade ein Musiker, sehr talented, aber er hält das für sich. Er ist noch selfish. Vielleicht ein Tag. Und du bist Laser. Und du bist Laser, warum du noch eine Brüder bist? Wenn du reden willst, darf ich noch nicht erzählen, aber... Cheers für die Jüngsten. Ja, so Laser, Laser ist ein Spieler. Laser ist sehr gut. Er ist sehr gut. Er ist sehr gut. Er ist sehr... Das ist die Sache. Und auch wenn er herangecheckt hat, dass ich gewiss, dass die Kamera hat, mir geschickt hat eine schöne Message, Sachen, die sich aufbringen soll. Okay. Aber ich kann nicht alles aufbringen. Es ist einfach nur zwischen euch und vier. Ja, aber wenn du sagst, such mir ja, ist die Spielstoff-Instrument. Die Spielstärke, wo spielst du? Die Flut. Wo ist das? Die Flut? So, es ist nicht gespielt, currently. Wenn ich mich bei Jüngle slash Bucher habe ich ungewöhnlich an der erste... Okay, ich kann nicht mehr, aber ich habe gespielt, Keyboard, Piano, was ist... Das ist sehr common. Du kannst scheinen Chords, kannst du spielen und eine Melodie? So, alles, was ich spiele, basically, ist nicht... Ich spiele bei Air. Nicht, wie G-Miner, aber das... Ich verstehe, es stimmt, und ich spiele es so. Aber ich spiele nicht. Ich spiele ein bisschen wie eine Gitarre. Ich spiele ein bisschen wie eine Gitarre. Ich spiele immer Gitarre, aber das macht sich immer. Aber du kannst es spielen, du hast es in deinem Hand. Du kannst es spielen. Du kannst es noch Gitarre, Piano... So, ich habe angefangen mit der Keyboard. At some point, wenn ich mich sehr inspiriert von Jolli brach sechs von Spielen... Das ist eine kleine Brücke. Die man kappelt. Ja, ja. Ich warน bei Kassanas oder Whatever. Ich habe gebeten was ich irgendwie wie ich komme. Oder bin ich wirklich Gitarre. Ich habe einen schaffst, ich habe eine der zwei Mal. Aber ich habe noch die Ladriebeflore viermal fünf und zwei Lenden, da, 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 und ich habe es bewusstsehlt auf den auch noch Ich bin eigentlich ein sehr schwieriger Professioneller. Also, du meinst in Blit, du meinst, du kannst spielen. Ein interessantes Fakt ist, dass du Schmei Karpen spielst Saxophon. Ich meine, also, ich gehe nur mit Flut, wenn ich nicht verstanden habe. In Wilhelmsburg habe ich eine Gruppe von Fiefer in der Buche, und ich gehe in die Hand, die man das jammen kann. In Wilhelmsburg. In Lemberg habe ich vielleicht nach Jawa gespielt. In Wilhelmsburg. In Wilhelmsburg. In Wilhelmsburg habe ich eine Gitarre gespielt. In der ersten Woche ging es nach Saxophon. Das war jemand. Das hat sich ausgetragen und damit gespielt. Ich meine, alle verkehrten. Ich habe mit Saxophon gespielt. Aber nein, ich meine, es gab mit Saxophon. Ich habe ein bisschen Saxophon und ein bisschen Flut gespielt. Ich habe schon lange gespielt, weil ich mit Masken gespielt habe. Ein bisschen von Jens. Aber nichts. Das ist nicht professionell. Das ist interessant. Das sind Hobbys. Sie haben sich ausgetragen. Ja. Ich sage mir, von Nachmann oder von zwei Menschen auf der Stages. Ich sage mir, Nachmann in Tassol und sage mir, ich sage mir, wachmann, du bist sehr stolz. Ich bin 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 sehr ehrlich, genauを. Hier train Comp impulse zu machen. Man soll es unterscheiden. Wir lesben auf jeden Fall gut. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Ich bin seltscht und ich be consolidiert für die Community. Ich bin sehr glücklich, wenn wir bei uns gehört haben, mit彎ern, mit therapeuticm deliberately, mit pour Tunes und alles tun. Ich sage, bist du wach聽iv дерев. Ja, sicher. Verstehst du? Die erste Studio, Studio 68. 62. Wo ist die 62 oder 68? Oh! Wir machen einen Deal. Wir wissen, dass die Show am Ende des Podcasts ist, aber wir wissen, wie ist das? Wo ist die Studio 62? Wo ist die 62? Nee, das ist das. 6 ist 1 und 2? 6 ist 2 oder 62? 6 ist 2. Ist die Nummer Sammachbeiß? Ich weiß nicht. Die weiß? Ja, zwei, drei Schuhe. Ich weiß nicht. Ja, wir können weitergehen. Aber Studio 62. Wo ist die Nummer 62? Wo ist die Nummer 62? Ich weiß nicht. Wir kennen uns nicht die Nummer von Rechensachen. Wir kennen uns die Nummer von Rechensachen. Wir kennen uns die Nummer von der Materie. Ich sage, das ist nicht das erste Mal, die die Nummer zu sehen. Ich weiß nicht. Wir fragen uns das jeden zweiten Tag. Okay, nein. Wir kennen uns die Nummer, die Nummer zu rechnen, die Kosten für die Größe. Über die Nummer zu sehen? Okay. eri Und ich hörte, ich habe mir einen Lied gegriffen, was das heißt in Studio 93, oder? Ich habe mir einen Lied gegriffen, ja. Aber Studio 62 ist eine gute Nummer. Was willst du nicht? Studio 62? Ich dachte, Mama, ist immer noch ein Stück Zeit, wo es House of Me Music hat gearbeitet auf Gitarren von Kindern, Bass-Gitarren, und die waren dort in der Welt. Sie haben etwas in den Videos gespielt. Also, es ist ein Gitarren-Kurs in Jiddisch, wo es ein schlechtes Spielmann ist. So, er ist ein Lehrer, basically. Und aufgrund der mich in Kontakt hat, dass sie mich ein bisschen mehr entschuldig machen, mehr interessant, dass sie so erzählen, wenn man die ganze Zeit lernt, das ist ein Boring, nur ein bisschen zu lernen. Ich bin, wie ein Host oder ein Narrator, und ich bin in der Schule. Und ich bin in der Schule zwischen jeder paar Lässe. Wenn ich in der Schule gewinnen, kann man einmal gewinnen, was man gelernt hat, ich bin in der Schule, die machen ein bisschen mehr, und ich habe ein bisschen mehr, und ich habe ein paar Sachen gemacht. Also, ich bin der Student, und ich habe ein paar Sachen. Ich habe einen Kurs gegeben, und ich spiele nicht professionell Gitarren. Aber ich habe noch so viel Funkkurs, nach dem, und ich gebe Gitarren-Lessons, und sage, ich habe nichts, ich habe ein paar Jahre gewonnen, und ich habe nichts gewonnen. Für die Geld ist schon. Für die Geld ist schon auf der Advertisement. Das ist auch eine große Sache. Ich kann mir alles messen sagen. Wer ist die Gäste aus? Wer ist die Gitarren? 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 Das war das so. Ja, das war mit der Bibel, und der Video. Ich habe auch ein paar Video gemacht. Ich habe auch ein paar Video gemacht, um die Geschichten zu machen. Und so. Ich habe mir ein bisschen mehr Ersichtung und mehr Knopf gemacht. Ich habe mir eine weitere Ersichtung gemacht. Das macht ein bisschen eine Summary und ein bisschen mehr entschuldig. Sehr gut. Du bist noch auf Hask. Dieses Jahr hast du eine größere Hask-Consert. Wir haben heute noch ein paar Hask-Consert. Es ist aufgebringt, dass es nicht so geht. Ich denke nicht, es ist nicht so. Hast du dich gewöhnt? Es ist eine neue Sache, was Hask stellt sie? Oder hast du schon gehört? Oder hast du einen Skiz von den vergangenen Juden? Also kommen die Menschen nicht mehr auf Hask. Ich mache noch etwas Beruhig von denen. Ich habe noch zwei Wochen geklärt. Der Check hat noch geklärt. Es ist gewöhnt. Es ist noch eine Sache, was ich kam und ich gehöre. Es ist noch eine Sache, was ich nicht mehr sagen muss. Es ist noch eine Sache, was ich nicht mehr sagen muss. Das ist der Schub. Wrong time in the wrong place again. Ich habe mich nicht gewöhnt. Aber es war immer so. Es kam und ich dachte, ich bin wieder aufgewachsen. Es ist immer so, dass sie mit der Haske ausgefangen haben. Es war ein grösser Name. Die Haske ist das Superbowl. Ja, in einem Woche er ist es geworden. Es gab eine Sache, weil sie mit der Haske ausgefangen haben. Es gab immer so, dass sie ein Album für jedes Konzert haben. Ich bin aufgewachsen mit das. Anyway, so was ich habe gemacht, HESC 7 ist es gewesen, in der siebete Konzert, haben sie gesagt, die ganze Konzert ist gewesen in diesem Konzept, in den Musikern, es waren ein paar Masse, es waren Akteure und tausende, eine riesige große Produktion. So, das ist gewesen damals. Aber damals ist die Oren, in dem man nicht gehört hat, weil sie immer das Konzert erwähnt haben. Es war eine riesige Orkester, ESROL-LAM, eine riesige Symphonie. Ich weiß, dass sie scheinen, aber ich meine, Lodwiga geheht ist es nicht gewesen, dass es nicht gewesen ist. Es war nicht gut bekommen. Genau, es ist gewesen, man erwartet eine Sache, aber man bekommt eine andere Sache. So, ich habe mich geholfen, ich habe zwei, drei gemacht, ich habe schon wieder gearbeitet, als er am Abend, als er am Abend auf der Show ist. Und ich bringe die letzte Poefshows hier auf den nächsten Level. Und ich habe vielleicht noch ein Element. Was ich gerade von diesen Ideen? Ich mache ein Musiker Act. Und ich habe mir keine Lust, von Zingern, auf der Show. Und ich habe mich gerade mit dem Konzept und ich habe mich gerade mit dem Konzept. Und ich habe mich gerade mit dem Song, von Zingern auf A.B. Ratenberg. Und ich habe mich gerade mit dem Song, mit dem Song zu sagen, Und ich habe mich gerade mit dem Song, der Song von A.B. Ratenberg, und ich habe mir garnet, Man hat sich optiert, dass ich mir einfach mit dem Song Das ist dann auch eine kleine geheime Sache, und man bringt raus eine schöne Message, was sie tun mit der Situation, das geht vorhanden, eine schöne Message und wir inkorporieren ein Genum in-between. Also nicht nur zwei Schufen oder Act, sondern ein 45-Minute-Akt mit Songs mit einem Genum. Also das ist das Konzept, das ist die Idee. Es ist ganz anders, weil es hat Hask 7 gemacht, als die Sache. Und ich habe mir gedacht, dass die Feedback, ich habe gezittert von Hask 7, aber ich habe mir gedacht, dass sie sehr, sehr gut akzeptiert sind und die Menschen an MSN gehören. Das ist sehr schön. So, ich habe aufgespielt als Stikel Master von 45 Minuten bei Glide mit Nagina. Ja. Ich habe gesehen, ein Clip, wie soll ich das singen? Oh, okay. Ich habe gesehen, wie soll ich das singen? Don't hide from me. Ja. Ja. Ich habe andere singen von Avramo. Nein. Oh, man, I need your embrace. Ja, ich denke, das ist das in der Binary. Ja. 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 Ich wünsche euch die Plays machen Geld. Ich wünsche euch die Plays machen Geld. Sie machen Geld, aber noch einmal die Ernst Geld. Sie müssen mehr Geld in der Entertainment. Das ist für alle Menschen. Ja, Ghaim ist ein guter Freund. Ich kenne ihn. Ich weiß ihn. Er ist ein Freund. Er ist ein Freund. Er ist nicht... Beri Weber ist ein Competition. Beri, nein. Er ist ein Freund. Er ist nicht das... Er ist ein Freund. Er ist nicht das. Aber bei Amnesty ist es... Ich bin mit Ghaim in den Zijlern. Ich bin gegangen in den Shows. Er ist nicht das. Er ist ein Freund. Er ist ein Freund und ein Nice. Ich arbeite mit Ghaim. Persönlich meine ich ein oder zwei Mann. Ich bin mit ihm ein bisschen. Aber ich bin echt ein Freund. Aber ich bin echt ein Freund. Der ganze Podcast, Sie haben jetzt gegangen zu sehen. Gal, ich bin echtäält. Sie wissen, okay. Sie gemacht haben vorher immer in Englisch? Ja. und er geht in Englisch? Er ist ein Englisch. Er ist ein Junier junger Mann. Er ist okay mit Englisch. Vermutlich noch diehaim Ott. Sie waren wirklich, an mich mit dem Martin Mandeln. Sie sind die Mas Esc internal ihre ast Apollo commercial. Sie macht einen riesige Gast und一直 production. Er hat diese Ghana, welche noch immer für ÄocalACA. Aber man muss sich die Bedeutung annehmen, weil man muss sich die Bedeutung annehmen. Ich habe einfach extra geholt, und ich habe dann... Ich sage Songs in 45 Minuten. Also, ja. Der Dialog ist dann mehr zwischen 15 und 20 Minuten, und der Rest sind Songs. Mostly A.B. Rottenberg Songs. Aber wieder, ich habe gedacht, das ist ein Concert, Menschen haben viele Songs, die Menschen nicht echt verrägt. so es ist gewöhnt also wie in-between es ist gewöhnt eine Transition so es ist natürlich eine Arbeit in der Maße und welche Songs sie geht wie also nirgendwo nehmen sie die nächste Part und so holen sie das Team und was man jetzt gefühlt auf Stage die Idee ist auch als singen Songs ist auch ein Weg von Storytelling und ein Weg ist auch als die Song kommt daran wie die Werte enden sich so meaning wenn ein Mensch fühlt eine certain emotion es ist es ist wir können es nicht herausbringen aber dort kommt ein anderes so ja aber es ist auch eine Arbeit das soll machen sense und es soll es soll es soll ja es soll jetzt singt man ein bisschen und jetzt actet man es soll werden ein Sache in Mandy Heschkowitsch hat erinnert eine crazy amount of Arbeit in der sie getehen als Sachen sollen stimmen so es ist gegangen ein bisschen auf ein Thema so so dann geht es mit der Anliegen 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 so crazy Ich habe keine Ahnung gehabt, diese Erfahrung. Sehr interessant, unterschiedlich. Und das ist so, wie ich mir erscheine. Nun, unieke, die Werte finden, die selbe alte Lyrics. Ich kann keine Lyrics finden. So, das ist die Herausforderung. In so einem Gesicht wird, und so macht alles von Werte. Die erste Halb von der Maße ist bei der zweite Weltmachung. So, das ist von Avery Rottenberg. Haha, Bait, whatever. So, sagen wir, es macht einen Sinn, und es kommt daran. So, man hat nicht getauscht, und das ist gewesen, Jens. Und sie gehen von A1 zu 2, das ist sehr nett. Sehr nett. Sie geht an ein DVD, von dem Sie gehen, Sie können es kaufen. So, wir halten mit den Arbeiten auf die Details. Sie haben DVD, wenn man individuell ist, man arbeitet. Der letzte kleine paar Jahre, kann man DVDs für seine Shows. So, ich bin jetzt sicher, Sie gehen, wir wissen, sie gehen. Aber wir arbeiten an, wie man sagt. Hoffentlich, hoffentlich. Ich weiß nicht, ich bin jetzt bei einer Kat. Sie kommen da raus, Sie sagen das. Ja, you know. Es war mir gerne, mit dem Scheinem, Scheinem episode. Aber ich werde so neiglich zu hören, die übrige Gellik von der Story live live. Aber ich will jetzt ein Wort von einem Sponsor. Der Sponsor für den heutigen Episode ist 24-6. 24-6 ist ein Device, das man kann kaufen. Aber auch das ist eine App, die man auf dem Phone kann downloaden. Und dort gibt es alle Jüdischen mit Musik, Streaming, Videos, Daruschen, Podcasts, Spirits, die kommen. Alles, was du willst treffen. Jüdische Kuschere Sachen. Und ich verstehe. Also du hast nur etwas, wie die Hals das an Bucher soll nicht sehen. Kennst die, die haben einen Lack auf dem Lack, der Lack, und die versperren es. Und dann Bucher, dann siehe, dann siehe, dann die Tochter, kann nur noch access, sie muss die bis Masken. 24-6 ist revolutionärisch in diesem Weg. Und ich, gehe ein Mädchen rausgeben, mein Album in den nächsten paar Wochen. Auf Streaming ist es nur auf 24-6. Die erste Woche, zwei. Auch damit geht es auf Spotify und auf alle anderen goische Plattformen. Es geht raus, dann download die App 24-6. Oder kennt es auch von der Device. Der Device ist noch besser. Verbuchern in Jeschieven, Mädchen in School, Kinder in Chaider, Oster mit Musik. Download 24-6 und enjoy Jüdische Musik und Jüdische Entertainment. Anyway, ich glaube, es kamen nicht geendet. Kannst du mir erzählen, über Studio 6? Das ist dann meine Sache, was du mit dem Tag? Ja, so, so, ich bin schon sehr busy mit dem Tag. Ich weiß nicht, aber ich bin mit Studio 6, ich bin mit dem Dining Room. Ich bin mit dem Tag. Ich bin mit dem Tag. ich bin mit dem Tag. Ja, ich bin mit dem Tag. Ich bin mit dem Tag这么 . Ich bin mit dem Tag natürlich cool-er, dann hab ich gewonnen. Sie müssen noch aus dem Studio 61 sein. Sie ist später geworden, auch nicht. Nie. So, das ist, dass du in den Joys dieses Team editierst und editierst. So, sie ist, ob es sich umgegangen mit dem Hobby, und ob es sich umgegangen ist, ob es sich umgegangen ist, wir sind immer noch in den CD, aber ich habe kein Mensch gefunden, dass ich das Team als ein Day-Job bin. Aber du sind jetzt, und ja, sie hat sich umgegangen mit dem Hobby. So, sie ist definitiv, ich kann es sich umgegangen, zu kreieren und ich kann es sich umgegangen. Es ist nicht einfach einfach, weil sie, wenn sie die Deadlines machen, sie arbeitet, sie arbeitet, sie arbeitet, sie arbeitet, und sie ist, auch, wie ich arbeite, sie arbeiten, sie arbeiten, und sie helfen, sie helfen, weil sie sagt, sie expanden, in zehn andere Sachen, weil sie kennen, wie sie sitzen und editieren, die ganze Zeit, als ich in andere Sachen sage, so, sie ist, sie ist 18, und so far, sie führt, wie wir sitzen, wie wir sind, wie wir sind. Es ist eine bestimmte Satisfaktion, als wir sitzen da so lange, und wir arbeiten auf etwas, und, wenn ich weiß, von Menschen, Menschen sehen eine Video, aber sie sehen uns die Timeline, wir sind in der Arbeit, wir sind da angegangen, und so, wenn ich weiß, von Menschen die Timeline, und wir sitzen alle Sachen, wie wir tun, und man sagt, wow, was ich getracht, die Erritte hat sich gewissen. Ja, ja, ich lehne mich auch etwas, das ist ein bisschen, man weiß nicht, sie appreciiert. Right, und okay, das sagt meine Ehre, sie tun Musikvideos, sie tun Podcasts, sie tun, sie tun auch ein paar Sachen, die sind geschehen in real time, du musst nur ein Podcast, oder eine Show, versus, wenn man filmt, oder eine Behind-the-Scene, dass man das zusammenstellt, ja, die Vorrede und Vorrede, und das, du creierst nur. Das ist interessant, so die das trachten, wo es geht wie. und das kommt dann an, das kommt dann an, das kommt dann an, das ganze Puzzle, mit Sound-Effekten, und Sachen, die Menschen trachten nicht. So, so, ja, es ist sehr, intensa Arbeit, und man mag die sehr, sehr detail, aber später, in der Zeit, wenn ich viel zu tun, und ich habe das Press-Play, und ich dachte, wow, okay, ganz gut, es ist ein bestimmtes Gefühl, man kreiert, es ist ein sehr, sehr satisfyinges Gefühl. Und, ich mache das jeden Tag. Ja, und du liebst, was du machst, die Menschen wissen nicht, der Timelapse geht da rein, aber was noch Menschen wissen nicht, diese Projects sehen auch in real life. Mhm. Mhm. Right. Ich habe schon editiert, die Hände dort, in der Sound, und sie sehen, die Visuals, immer kurz, ich habe schon geschnedert, in der Apparition, hier. People don't know the half of it, aber die MS ist, die MS ist, wenn die Leute editieren, ein live Job, von einer größeren Band, mit der Singerin in der Choir, wo sie gefilmt haben, die Spezifik-Song, ist der Nigen herausgegeben, nur 50, 60 Prozent, kannst du jetzt nicht bewahren, auf 100 Prozent, kannst du es pushen, zu 70, 80, und fertig. Sie können herausgeben, eine gute 100 Prozentige Video, darf auf einem live Job, werden executed, at least 90 Prozent. Nein? Du kannst nicht mehr sagen, wo sie es auf 10 Prozent machen, hindert? Don't tell me. Du wirst überrascht, ich konnte nicht nur 10 Prozent, aber es ist immer eine Sache. Aber die Joke von denen ist, als wenn jene Spieler singen, er kommt eigentlich auf eine live Job, und ein Mann sagt, ich will sehen, wie sie es auf der Clip singen, und man sagt, es ist halusches, wir kennen also, ich verbleiben mit dem Business. Es ist natürlich auch, es geht daran ein bisschen, so, in der Weg, ist es gut, wenn man so viel Arbeit in Post-Produktion macht, wenn man so ein Single oder ein Video, weil, es ist geworden, es ist ein bisschen wie ein Album, es ist ein Clip, und man sagt, es bleibt so weit weg, und du willst so sagen, es ist perfekt, es geht, es will so sein live, weil live ist live, wie jeder nicht versteht, aber in der Weg, Menschen werden sie gewöhnen, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen, sie sehen, alles gut, es klappt, es ist perfekt. wie es klappt, es ist, wenn, wenn du sagst, was man sagt, live streams, du machst das live stream, von der Play, dann machst du das, damals, so Menschen sind, die gewöhnt, als wenn man sitzt, und man hört etwas, es ist perfekt. Auf einem live stream, kannst du hören, jede kleine kleine kratze von der Voice, wo sie live, schafft man die Filme, was ist geschehen, whoever sie in der Saal, schafft die Filme, jede kleine Sache wird visible. Das ist okay, für euch, wenn man es live, dann kommt, wenn man eine Screenrecorde, und man schickt die Filme, man macht die Filme, und das ist wirklich das. Jetzt, das ist ein Subjekt, was ich auch, ich weiß, wie es ist, wie es effekt, die ganzen Kappen und die CD, das ganze Sache. Das ist ein Subjekt, was auch, ich weiß, ich bin, für eine Art von der Filme geworden, auf weg, der Face des Subjektes, zu liebem das, Ich weiß nicht, ob es passiert ist, weil ich immer ein Video schickte, wenn Menschen auf der Screen-Recorder recorded haben, die Play, das war ganz lange. Aber... Es ist sehr stark, wenn es so ist, weil es nicht so gut ist, wenn es so gut ist, wenn es so gut ist, wir werden es editieren, wenn es so gut ist, 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 wenn alle Autos sehnen, sind es so gut ist. Man scheint an einemólverstattство undāsing. Es macht uns wirklich perfekt und das ist bewusst. Ich weiß nicht, ob Menschen wör 점ig, wenn man die gleiche Song song singt, Die sind so sehr gut. Die sind so sehr gut. Die sind so 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 gut. Das ist okay. Ich habe mich immer wieder auf den Tag. Das ist so gut. Das ist unser Prozess. Ich höre dir. Die sind so gut. Die sind so gut. Ich bin sehr interessiert von anderen Menschen. Wie ist die zu unwind? Die M aus der Liebe. Als es alcohol ist, ist es alcohol. Ich denke, ich kann nicht alcohol. Nein, ich kann nicht. Ich denke, ich bin ein bisschen Malabou bei Brie. Ich denke, es ist ein Vodka mit Cranberryjuice. Ich denke, es ist... Ich denke, es ist so lustig. Ich denke, ich kann alcohol. Ich denke, es ist ein Vodka mit alcohol. Ich habe nichts getrunken. Wie ist es? Wie ist es? Ich denke, du bist noch nicht in die Barre, bei einer Gassen und nicht in die Schausse? Ich denke, es ist ein Orang-Juße. Ich denke, es ist ein Vies-Van-Juße. Ich denke, es ist eine Vies-Van-Juße. Es gibt noch ein Vodka-Arbez. Ich denke, es ist ein Vorn. Wie ist das? Nein. Obviamente ist die erste Sache die wir uns auch kennen als wenn wir singen bei Nacht wir nicht mit der Familie mit der Familie so Obviamente die Familie ist in einer Weise eine Reward. Es ist eine Worte von zu verbinden und es macht dich besser also das ist die Nummer 1 zu sagen wenn wir das aber sonst wenn wir das mit Jans noch zwei nicht Nein ich glaube ich glaube das ist mit der Familie mit der Familie mit der Familie und es spielt sich immer aber die Kinder haben so viel Energie wie viele es gibt und sie sind bereit und sie wollen tanzen und tanzen und sie wollen massen und ich trage mich an und ich will spenden und ich will spenden und ich will spenden mit der Familie aber noch 90 Sekunden dann zwei haben Sie zwei 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 außer sehr sehr schwer z Weil ein gesundes Kind hat eine Verbindung, und das ist definitiv nicht easy. Man muss nicht einfach sagen, dass man auch glücklich ist. Wenn es hektisch ist, kann man sich nicht mehr zahlen. Aber es geht alles um die Balance. Ich habe es noch ein paar Tage gemacht. Zaira sagt mir, ich bin in der Office, das ist ein Job. Ich habe es noch 37 Jahre alt, wenn ich auf dem Bus komme. Es ist eine schwere Balance, aber von dem sind wir hier. Von dem sind wir hier. Und das ist wie du aufweist. Spend Zeit mit deiner Familie. Das ist mein erste Wahl. Aber wenn ich die Spieße habe, ist, seit ich die Editing und die Videoproduktion habe, als ein Hobby, wenn ich kenne die große Lernen an die Aspects von der Industrie, oder mache ich research in bestimmte Sachen, dann kann ich sagen, wenn ich etwas Blondes dachte. Ich kenne die neue Technologien, die neue Optionen, die neue Programme, die große Lernen an die Sachen. In Video-Editing machen sie so viele Aspects, so viele meine Wege. Menschen kennen die Video-Editing und ich meine Videos. Sie kennen die andere Video-Editors, die eerst ein ganzes Leben andere meine Videos. Ihr arbeitet auf Musik-Videos, ihr arbeitet auf dem. Aber sie tun viele andere Sachen. Sie tun alle Promotions, alle Campaign-Videos, was das involved in Animation. Ich meine 3Ds. Sie tun viele Levels, wie wir kennen es nehmen. Und sie tun ihre Skills, weil sie jeden Tag kennen sie ganz anders. Und ich weiß nicht, was die Menschen für ihre Augen hat. Ich kenne die Technologie und was das möglich. Und diese ... Und diese ... Und diese ... Und diese ... Ich kenne die neue Ideen, die alle neue Ideen, LED-Screens, und ich kenne die Leute, und ich kenne die Leute, und ich kenne die neue Ideen, und ich kenne die neue Ideen, und neue Sachen. Und das ist noch ein Platz, wo wir sich verblangen können. Ich kenne die Leute, die kannst du ausgehen, weil die ... Die Spass-Out. Ja, eine Art der Unwinding. Du bist auf 37, bist du auf jeden Tag 37? Oder stehst du? 37, die tanzen sie auf den Kopf. Weiss ich meine. So, sie wenden sich wie sie auch. Aber man darf versuchen, wenn man kann. Es ist besonders, wenn ich weiß, dass sie auch auf. Aber es ist einfach easy. Weil man kommt zu Hause, drei, sechs, acht Jahre. So, wenn man kann. 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 Aber ja. Ich komme zu Hause bei Nacht. Zwei, drei, jede Schluftschule. Welche Schluftschule. Ein Licht brennt in der Kitschern. Oder die Halle. In der Gastranen. Und dann in der Kinderszimmer. Sie sehen, wir sind schlafen. So, peaceful. So, aber nicht kein Tages. Wir haben mich als Jüngel gesucht. Bist du Jüngel aus? Ich kann kein Tages. Aber ich schlief, was ich gesagt habe. Kinder haben Tages. Kinder haben Tages. Kinder haben Tages. Kinder haben sein Leben. Und sie haben ihre Challenges. Und man kommt dann an. In seinem Zimmer. Ich schlafe. Also ich sehe, das beste ist, wenn sie schlafen. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, dass ich mich nicht mehr wissen. Definitiv. Es ist ein bisschen lustig, aber ich stelle mich, ich sage mal, aber ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Du bist überwohnt. Ich schlafe. 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 Sicher, von diesem Wachen Laurent Happy mauvaises Episode, als also eine App. Ich höfe. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich milletiniere Luft. Ja, ich danke Ihnen. Der andere device. Ich Gab. Ich Deutschland gibt. Gott, dass ihr añadiert. Ich denke, ihr könnt. Also. Ich leche. Und dann können wir die App, die wir downloaden können. Und dann können wir nur Jüdische Musik und Jüdische Streaming benutzen. Download die App 24-6. Und dann können wir hier eine kleine Untertitel machen, wo wir die Kanzlei-Ads mit Kanzlei-Pictures machen können. Nur die Sachen, die wir hören haben. Schleimi Gertner, Schleimi Daskal, Beri Weber. Die Kanzlei-Schleine Gitten. Das sind Chassidische Haimisch Podcasts. Das ist bei Seuf Chaim Grimwald. Ich bin sicher, dass ihr dich kennenzulernenert. Wenn wir uns nicht treffen, Seuf Chaim Grimwald, leave me a comment in the comment section below. Mit dem Angriffen zu 24-6. Mit dem Angriffen zu 24-6. Mit dem Angriffen zu 24-6. Anyway, enjoy 24-6. Und jetzt sind wir warten zurück an diesem Podcast, wie wir übergelassen. Ich habe gesagt, dass ich nicht alle meine Sachen und alle Sachen, die sie fragen für meinen Gästen. Dafür musste ich die Schmeihe. Das hat die Beschäftigung gemacht, Social Media. Dort kann ich fragen, von allen meinen Menschen, von allen Schichten in Kreisen, dieselben Menschen, die sie mir gesagt haben, bring her auf Leibi wieder, bring her auf Leibi. Ob ich sie gebeten soll, ob ich sie etwas Kaches schicken soll. Was habe ich gesagt? Ich sage, verzeih und frage etwas über Leibi wieder. Das ist eigentlich eine ganze Sache. Kiech wurde titzig, kiech wurde titzig. Wir mischten, wir mischten, wir mischten. Ich weiß. Ich weiß nicht, das ist für mich. Das ist für keiner. Nein, nein. Das ist so. Von wo ist das Internet-Krieg, kann ich sagen, dass alle Kaches nicht die Antworten müssen? Kannst du sagen, ich weiß nicht. Oder kannst du auch sagen, you know what, I choose not the answer. Das ist totally acceptable. Deal. Ja. Von wo ist das Internet-Krieg, wenn ich gesponsert habe durch HCS? Ich will nicht sagen, was die Kache ist. Und so, was ist das Runde mit den HCS-Shows? Podcasts. Von den ganzen Podcasts. Das ist der zweite Mal, wo der Podcast-Guide wir gerade ran. Vierlich. Das ist so. Nee. Sieht ihr? Von allen, die hören, und sie wissen, ist du ein Stückchen Bakschel, was halt einer überfallen. Ich habe nicht zu reden, von den Sachen. Was ist das? Ja, du hast nicht geliebt, zu trinken, kein Alkohol. Aber du hast ja geliebt, zu trinken, du hast ja geliebt, wo ist das? Cheers to Schmullikast. Cheers to Schmullikast, das ist richtig. Wow. Wir können kaufen, wir können supporten, wir können unterstützen, aber wir können auch immer mehrt. Ich kann lange Apple-Juße in uns auch, das ist okay. Anyway, so HCS. So, wie sie trinken, HCS ist, wie es gillen, HCS ist, wenn du sie einfach genutzt, sie einfach... Apple-Sasami, so ist mit Studio 62, wenn ich keine Matriere. Aber dann muss ich wissen, in der Echte Sache, sie verlegen, es ist eine Human Care Services, und wird gemacht, ein Rebrand, das ist mit HCS. Es ist eine Organisation für special Kinder, special Needs Menschen. Ich glaube so, es ist sehr eine Breite Organisation, die Antietox, und so ein paar Branchen, und sie offeren sehr eine Services. So, wenn sie zu Hause mit HCS in den Plänen, ist, at some point, sie verlegen, sie verlegen, eine große Dase für die Familien, sie verlegen, eine Show, mit Kanz, sie verlegen, sie verlegen, dass sie verlegen, ein Video, wo sie gesponsert sind, die Haneke Video. Right. at some point, sie sind so angekommen, und sie machen, eine Play, für ihre Familien. Aha. Das ist schon, in den Ebenen Plänen, also in den Ebenen Plänen, aber auch in den Ebenen Plänen, das ist, gewähnt, strictly für HCS, man macht Shows, nur für ihre Familien, und dann muss ich, auch mit Covid, so, ich kann machen, keine Plänen, aber, man macht, auch für HCS Shows, dass alle, die Binnen sind, gewähnt, gesponsert, dadurch sei, es gewähnt, strictly für sie. So, ich kann, die wie die später, finde ich? Ja, sure, sure. Für jede Meinung? Ja. Nicht nur für sie. Warte. Aber die Show allein, ist gewähnt, für Family. Ich meine, at some point, hat man, ein Showjahr, verkäufe, Internet-Shows, das ist gewähnt, jetzt, recently. Aber, haben sie noch alles, aber gesponsert, eigentlich, von der Show, und haben sie noch alles gemacht, zwei Shows, nur für HCS. So. Die drei für die Publik, gewähnt zwei für HCS. Ja, die erste zwei, gewähnt für HCS. Und, du sagst, du sagst, das ist auch Sponsor für die Play, aber sie sind gewähnt als Sponsor, in dem Weg, als die zwei Shows, gewähnt für sie. Ich bin klar, den Deal weiß ich nicht, aber so ist es, so, wie kann man. So, du sagst, wo ist HCS? Sagst du, was sie machen allemal Entertainment, und jetzt haben sie angespannte Internen, gewähnt. Wenn die Internen, wollten ausgespielt, dermaßen von der Magilla, wollten Leiby gewähnen, Esther Amalka. Ist das die geschrieben, mein Geist? Wie ist die gewisse Schraubteste? Das war das, sag, Menschen, da haben sie gesagt, eh, auf einer von den CDs, gerade, man gemacht hat, auf ihrem CD, sie werden an nirgendwo Esther Amalka gesingen, haben nirgendwo gesingen. Kylie, Kylie, Lamo. So, die kennen es schon hin. Y62 fragt ihr, Heros, der Podcast, das ist die Wissen, der Wissen, der Wissen, die ist. Mischte Zerich, die 32 minuten, und 76 Sekunden. Nein, wir können editieren, so sind wir noch 24, 48. So, enjoying more Jüdische plays, oder Englische plays? So, man soll ein bisschen diskutieren, wegen Hez, kannst du von dem fragt ihr. Ask him about the Shira Choir, was sie sehr interessiert wegen Shira? Was sie sehr interessiert wegen Shira Choir? Wie ist sie sehr interessiert wegen Shira Chirin? Wie ist sie sehr interessiert wegen Shira Chirin? Ich glaube, wir haben uns auch gehofft. Ich meine, wir haben Shira Chirin, wie ist sie ausgewählt? Sie haben sich ausgewählt, wie ist sie sehr interessiert wegen Shira Chirin? der Wissen, der Wissen, all you want to do, ist spielen, auf einem Kimi-Jah, und fertig. Lass uns das so interessiert. Ja, so wie sie sagt, wie in Shira Choir, so wie haben sie gesagt, für sie wegen The Place. Es ist friendly competition, wie man sagt. Ich kenne die Eile, mich misst, wie man sagt, ich habe viele Videos von sie gesagt. Wir arbeiten viel mehr zusammen. Ich singe nach Pohrmö mit ihren Gippen, und Jobs, wie sie allein. Ich singe solo. Ich singe mit ihr schon nach Pohrmö. Es ist friendly. Ja, sehr schön. Sock mir das. Sock mir das. Ich weiß nicht, dass ich hier in der Kasse, ich erwarte nicht, dass sie immer wieder geteilt haben. Ich habe mich gefragt, dass sie editiert Videos von Shira. Du kennst auch die Sachen mal sehen, wenn Sachen sind live, sind Sachen live. Wenn Sachen teugen ist das so, kennst du viel wie das war, als ob er deine Bodies in die Diedem Die meisten hören ins Kämmerum, kiek wo du titzig, kiek wo ich mich, betracht siehst, so sie macht sich amul. Die meisten musst du schouren für keinen mehr. Ich denke so, weil, also wenn du das gesagt hast, ist es geschehen bei uns auch. Es ist kein Secret, es ist kein Secret. Ein Livejob ist ein Livejob. Ich bin hier in eine Studie, ich habe mein Album, ich habe record, ich habe record, ich habe, ich habe record, ich habe, ich habe record mit einer neuen Mensch, einer neuen Engineer. Sie sind in einer Wunderbar-Plats, sie können zingen. Haben sie gerade? To give it your all. Exactly. Weil jeder hat die Ego. Ich habe mich, stelle ich zingen. Ich habe gesagt, ich kann es auf, ich kann es auf, ich kann es auf, ich kann es kratzen. Und ich kann es auf, ich will aus wiedersehen, ich kann es auf, ich kann es auf Okayádern �uten. Ich habe richtig, dass wir diese persönliche uhhgaben sind. Das ist sehr schön, Das ist sehr gut. Und einer der Re 어렵assenen, wo ich hier noch komischstanden ist, ich kann auf, ich kann nur Nacht, Onlang des Jobs, und die nächste Nacht kann ich performen auf einительst bei zwischen 15.000 Menschen, Die nächste Nacht kann ich edit ein Video, wo ich es auf und runter und dann kann ich singen in Choir, und dann kann ich es singen, weil ich sie in den Echten singen. Wenn ich es sehe, dann sage ich, dass ich es in die Choir singen, sie singen online, und dann sagen meine Leute, wo ist es der Dase, wo ist es der Jens? Ich sage immer, ich sage, was für ein paar Live-Jobs, ja, nach dem Live-Mix? Menschen sehen uns, wie sie passt, dass sie in die Dase, sie passt, dass sie in Jens? Verkeert, sie ist für sie. Keeps your ego in check. Okay, einer nach dir, einer nach dir, und es ist gut. Das ist totally gut. Auch wenn Menschen sitzen, sie fragen mich, oh, so nice, what's your name? Ich kann nicht so sprechen, aber ich frage mich, what's your name? Ich habe auch die Platz, ich frage mich, ich schmulte über den Ungarn. That's my name. Und die weißen, was das schwer für mich, wenn ich steil leben, leben jedid, im Leben, let's say, whatever. Einer findet es schierig. Und einer kommt und sagt, what's your name? Ich kann es handeln. Aber jener, er sagt, oh, der Ungarn ist jetzt für shame geworden. Und einer weiß, wer es ist. Aber einer sagt, okay, was das warst du? Er sagt, du hast mich lange Zeit gewachsen. Er hat sich keine Ahnung, wer das ist. Er weiß, ich bin es gut geworden. Und dann nur geht's, wenn ich mich nicht. Ich wundere wissen, wo die Nummer ist. Wie man sich das online online kennt. Sie haben mich dafür, dass ich 5.000 Euro verkauft habe. Sie haben mich dafür, dass ich mich für Janko Lenski verkauft habe. Ich hatte jetzt bei Hasko, in der Moschel. Die Hasko-Orient hat sich keine Ahnung, wer ich bin, right? Ja, das ist das andere. Aber ich habe auf jeden Stadchen gespielt, mehr wie eine Zinge gedacht. Ich habe mir jetzt die 20ste Performance auf jeden Stadchen. auf jeden Stadchen gespielt. Weil jeder, okay, ich weiß nicht, wenn ich die 6ste Show bin. Jede Show macht mich für Janko Lenski. Ah, okay. Ich habe mir jetzt die Performance auf jeden Stadchen gespielt. Ich habe mir gehört, dass ich nur die 20 Leute bin. Ich habe mir gehört, dass ich eine vollen Stadchen gespielt habe. Also, ich habe mir das selbe. Ich habe mir gesagt, du, keiner hat mich gekannt. So, in einer Weise, okay, und ich sage, Janko Lenski Lenski. Aber sie haben mich nie gehört. Ich weiß. Es ist nicht in eine disrespektvolle Weise. Es ist total okay. Ich nehme es als ein Compliment. Ja. Ich habe mir gehört, dass ich viele wissen, wie ich bin. Okay. Ich habe mir gehört, dass ich viele wissen, wie ich bin. Ich habe mir gehört. 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 Das ist okay. Leibi ist king, schreibt der Wrummi Sabak. Leibi ist... Ich habe mir gehört, dass ich die Kräuter bringe. Ja, Wrummi, king of what? King. Ich mache mir immer ein Beispiel. Auch ein Shoutout. Ein Shoutout von Moses Freund. Moses Freund hat ihn eingeliegt als 50er. Du hast ihn auf YouTube. Hast du einen YouTube-Channel? Nein. Nein. Es ist einfach ein Channel. Es ist ein Content, wie sie machen. Sie machen Sachen. Behind the scenes. Du hast eine Option. Wir können einen Super-Like. Du kannst einen Planer-Like machen. Oder ein Share-An. Du hast eine Option. Du hast einen Super-Like. Du kannst einen Anwalt von 1.99, 2.99. Ein paar Dollar. Du hast ihn auf dem Channel. Und er will sie unterstützen. Moses Freund hat ihn eingeliegt als 50 Dollar. Das ist sehr wahrscheinlich. Ich will einen Courage an jedem einem. Was sieht das und was hat er noch. Er will uns unterstützen. Das Programm. Er anzuschicken. 2.99, 3.99. Das ist sehr gut. Er sucht das. Er hat gewohnt bis 2 Uhr zurück. in einem Apartment-Building. Das ist ein Sachmensch in der Finnsankassen. Er hat auch nicht gewohnt. Er hat gewohnt bis 2 Uhr zurück. In einem Apartment-Building. Zwischen den Sachmenschern. Für den Sachmenschern. Für den Finnsankassen. Im Schiff. Und er hat keiner mehr ausgewiesen. Er ist ein Celebrity. Er ist ein Celebrity. Es ist ein gar nicht gefährliches Wort jetzt. Was ist Celebrity? Hast du ein Celebrity? Ich kann es nicht mehr. Aber ich finde es ein Lieblingsfass. So kann man es auch nicht schön. Wenn es ein Lieblingsfass. Es ist ein Frieden. Das ist ein Fakt. Sie wollen sich nicht in uns, sie wollen sich nicht in mir. So, er fragt Akasha oder willst du den rausbringen? Nein, er bringt den raus, du bist der Humboldt und du bist nice. Wer kommt dein eigenes Album? Wer kommt dein eigenes Album? Wer kommt dein eigenes Album? Er kommt ein paar Mal. Als wir bis jetzt, ihr Gesicht ist nicht drin. Und ich war echt für die Rei Rappertunier. Ein Single Album war echt für die Rei Rappertunier. Er hat gesagt, es ist geschehen. Und ich bin nicht auf die Rei Rappertunier. Happens zu sein. Ich halte jetzt mit einer Rede mit einem. Er hat ein sehr starkes Potenzial, nicht kein Album. Aber es ist ein Projekt, das könnte passieren. Aber es könnte nicht passieren. Nice. So, let's see. Let's see where it takes you. Hast du originales Material? Hast du schon mal ein Single? Nein. Nein, ich muss. Aha, aha. Ach ja. Und die Leute requesten das auch. Aber ja, es ist nicht so, dass es getrachtet wird. Aber du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Ich weiß, wenn ich nicht gut ging singen. Und die Leute fragten mich, wenn ich das Album bekomme. Aber ich fühle mich, wie sie machen gut für mich. Aber ich fühle mich, wie sie machen gut für mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich, wie sie... Patroniert werden. Ich fühle mich, wie sie machen. Wie sie singt in Paradise für 200 Dollar danach. Wie die CD... Ich fühle mich, wie sie machen können. Ich fühle mich jetzt. Ich weiß, wieso sie es akzeptiert. Aber du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Das kannst du jetzt schon machen. Du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Du wirst niemals wissen. Auf der Weg, ich weiß noch nicht, ich bin lazy. Und sie kennen sich das. Und sie kennen sich das, wie sie sagen. Okay, Leiby. Start doing something. Ich glaube, in jeder Situation. Ich verstehe, das ist ja nicht in jeder Situation. Weil sie nicht noch die Zeit, die rauskommen. Und in der Regel, sie kommen die Zeit, die wir einfach wegnehmen. Und die lazy. Ich höre dich. Ja. Über Studio 62. Every detail possible. Aber das kostet eine Sache. Wo ist High 62? Wie viel die Tests? Wirst du sagen? Wirst du noch etwas mentionen von dir im Studio? Nicht echt. Es kostet eine Sache für sich. Wir kennen andere Technikals. Aber ich weiß nicht, sie ist die Zeit für das. Welche Jahre ist die Zeit? Vielleicht können wir noch eine extra Episode neu machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe mich in die Studio mitgegeben. Das ist die neue Demo. Wie fühlt es sich, ein Bruder wie Laser zu haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir fragen uns ein Shout-out für Laser. Wie ist die jetzt schon erwähnt? Sie sehen uns am Nachbarn. Ja, ein guter Mann. Und er macht das. Und er passiert. Er ist passiert, dass er spielt Zeige für Plays. Plays ist ein extra... Er sagt, es geht. Er sagt, es geht. Er sagt, es geht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin mit ihm gekommen. Und ich bin lieb zu schmissen. Man singt ein bisschen. Aber ich bin lieb zu schmissen. Ich bin lieb zu schmissen. Verbrengen. Und ich schmisse mir den Geulen. Und er steht dort. Und er spielt mir hinter. Ich bin mit ihm ganz normal. Ich weiß nicht. Er ist extra, dass er der beste Musiker ist. Man kißt nicht. Aber ich brüche sie aufgado. Ja, weiß nicht. Wie ist das? Wir haben die Familie von Vier? Ich biniker von Vier. Ich hab auch von Vier. Das ist interessant. Ich sage nicht in Kamera. Das sage ich mir nicht. Dann glaube ich das nicht. Wir lassen uns in Kamera. Wann hat er seine Beruf angefangen? Wie hat er alles gearbeitet? Wie hat er in All-internen gearbeitet? Der Stoß ist bei der Podcast. Das ist die Zeit. Ich sage mir nicht, wie hält mir Sie an. Wie viele Arbeitsplätze hat er? Studio 62 Das sind zwei Sachen, ich denke Ja, es ist jeder, es ist singen allein zu, das passiert ganz oft, Lately, by the way. Auch er sagt, es ist nicht so, dass es passiert. Englisch singen allein? Ja. Alles hat sich seine Ups und Downs. Wenn ich reihe auf jeden Job, ich komme und ich fahre, wenn man singt allein, dann weiß ich das nicht, dann weiß ich das nicht. Aber es ist ein bisschen anders, weil du kennst das, was du willst. Sie sagt immer, die Becks, die singen, die singen, die singen, die singen auf die Gitarre, und sagt, wauw, er geht, von dem ist er als Solo, er soll sich auch an sein, als er geht. Nicht echt. Ja, ich denke, und jeder ist in seinem eigenen Reit. Keys, die hat die selbe Keys, die hat andere Keys. Gewöhnlich, wenn ich solo singe, bin ich zwei, depending on the song, zwei ganze Hecht, usually, von der Regular Singie. Es gibt so ein bisschen Probleme, echt. Ich muss heute schauen, welches die Jungen heute schauen? Was ist das ein A? Ein A? Siehst du? Jeder, jeder singt es auf ein G. G? Ja, G. Oh, okay, so. Again, depends on the song. Ich habe gerade auch die Spieler, aber gerade auch die Verschläge-Gestettner. Ich weiß nicht, wenn Jossi Roosevelt etwas zu spielen. Ja. Und ich weiß nicht, wenn man singt, was nennt man höchere Keys. Und ich weiß nicht, ob man schon mal auf ein A ist. Und ich weiß nicht, ob man schon mal auf ein A ist. Aber das Problem ist, Menschen in der Saal, wo sie tanzen sind, singen sich hinterher. Man singt mit. Und wenn man ein höheres Key, ein ganzer Mensch kann nicht mit singen. Genau. Aber ich sage hier, die kamen, die wir hier vor. Also nachher, ich, ich weiß nicht, ob ich eine Chassane singen kann. Also wenn sie singt allein, ist das auf Malawamalkes? Ich sage hier, die ist sehr offen. Die haben wir mit den Schäferbrüchen. Ich sage hier, die ich singe nach Chassane. Und das ist einfach. Aber die Leute entschieden, dass sie mich wollen. Wie viel nehmst du auf das Chassane? Komm her! Komm her! Komm an agent! Have your people talk to my people. Nein. Aber ... So 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 again ... So again ... Mostly ... So ... But ... Like ... Full energy and people just ... They like what they hear. As far as I know. That's all I can do. The only thing I can do is give it my all. That's all what we can do. Oyeb ... He brings Leiby ... He's watching business off. Alright. He's cool. What made him go into acting? So ... It's basically ... Yeah, with Franco. As Franco's shield. Haha. It's all with Kimi's shield. With Kimi's shield. Why does he make his Instagram videos with a mask on the side? Haha. What do you do from Whatsapp? No? From the iPhones? It's an iPhone feature. Plane iPhone feature. But we don't have to play with it. The voice is not an iPhone feature. But ... What do you have to do? It's not that. Or if you're designing. You can only design it on the character. You can choose in the face. The book. The book. And the download of the video. And then upload it to Instagram. Usually ... Again ... When it's in the video. But it's all about music. And I liked it. What ever? They raise the money. When they raise the money. They raise the money. Can you say I'm looking for what you're doing from that video? From that side. For the campaigns? Yeah. Ich denke, die Menschen werden direkt vertreten. Sie sagen, wer die Kampagne weiß. Sie sagen, wer die Kampagne ist. Ich weiß nicht, dass die Sache nicht so offen ist. Ich reise nicht so offen. Wie schicken sie deine Kinder? Die bist du auch gemeint auf derselbe Kampagne. Zehn-Tausend Dollar oder Finn of Chocolate-Coin. Ich meine, dasselbe Schiffel. Wie schicken sie deine Kinder? Die bist du auch gemeint auf derselbe Kampagne. Zehn-Tausend Dollar oder Finn of Chocolate Coin. Du willst nur noch mal nach 36 hin, wie schicken Sie aus 36? Ich habe die selbe Fonko wie die. Ja, das ist für die Kinder. 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 Der erste Auftritt-Barspiel. Tom will ich dir in generell sagen, dass ich als Buch das nicht schreibe, wenn ich zum Beispiel machen will, Und wir stehen für die Internen. Wir stehen für die Internen. Das ist für die Internen. Der erste Publikum. Ihr solltet etwas auf Jelhersh Fuchs. Hast du noch eine Schuhe, zwei, drei? Jelhersh ist ein gem. Jelhersh ist ein gem. Jelhersh ist ein gem. Und ich habe eine interessante Sache. Ich habe das Gefühl, ich singe bei Mama und Mitzwe. Ich singe und ich habe zusammen mit Mama und Mitzwe. Ich komme mit der Drammachin und ich mache Harmonie. Ich habe die Ehre, die sehr viele Kinder mit ihnen kennengelernt. Und sie haben hier eine Sache zusammengebracht. Sie kommen, sie arbeiten auf ein interessantes Projecten. Und ich sage, ich mache es. Ich habe es einfach. Nein, das ist nicht so sehr. Alles ist mit der Ruhe. Wenn ich mich sehr gut bin, sage ich, es wird gut sein, dass er mein Back ist. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Ist es true, dass wenn er seine Charakter für ein Spiel hat er einen non-Jewish-Aktor und er wird nicht so. Das ist nicht so. Ich denke, dass er eine Art, dass er eine Inspiration für etwas anders ist. Es ist nicht so, dass er eine Charakter für eine Charakter ist. Es ist nicht so, dass er eine Charakter für eine Schrift ist. Er hat sich die Figuren, wo es geht vor. Aber ich denke, dass er eine Inspiration für etwas anders ist. Ich denke, das ist 100 ober Schossen. Ich denke, dass es uns für ein Cheeri einenlles quarstrzony stark hat. Ich denke, dass es daran sind, die Leute, und sie da France sind. Das heißt, werfen Sie die manchmal alleine und Online-Jeans zu angreifen. Ich denke, dass es简isch livre ist. Ich glaube, dass das Bauer an, vielleicht eben die drinnenliche Arbeiter sind. Das istπε wie man das B committing. Es economists da nur dieidad. Weil ich weiß, dass ich eine Challenge hatte und ich dachte, ich werde das auch machen. Bring it on, Challenge accepted. Ja, ich weiß, dass ich eine Schwarz hatte, dass ich eine Wacht 2 war, ich weiß nicht, dass ich Covid war, in den HES, in den HES-Platen. Ich habe mich gefragt, ob ich das erste Mal vergesst, aber du hast doch was, was ich da nicht zu suchen, das ist ja nicht zu geben, oder? Als ich in die Inzucht habe, ich würde mich immer als Mannenländer in die Inzucht suchen. Weil ich mich nicht als Liefer und sage mir natürlich, dass ich mich an die Inzucht habe. Das ist der Moment. Einmal eine Ratschie. Das ist eine Distraction. Als ich die Inzucht habe, ich habe mich an die Inzucht gefocust. Ich habe mich an die Inzucht gehalten. Ich habe mich an die Inzucht gehalten, aber ich habe mich an die Inzucht gehalten. doch einfach auchこと, ich habe mich an durch beide Inzucht gehalten, aber Eleppern ist etwas 안�ännerst worden. Ich habe mich an die Inzucht gezhalten. Ich habe mich an den Inzucht gehalten, aber also in der Inzucht gehalten können, wenn ich eine Inzucht kam then da beherrscht. �ав Ende des sen植 agieren, dass ich bist an die Einzucht gehalten war, ich habe mich an dieратativen. Ich habe eine revenge, aber ich habe mich an die Inzucht gehalten, Dann representiere mich an in diesem Moment. Ich bin nicht auf der Seite aus. Ich glaube nicht, dass ich ihn nicht schaue. Und wenn man es in der Reihe geht, weiß man nicht auf die Seite? Ich bin nicht auf der Seite. Ja, ich kann das. Ich weiß nicht, dass man nicht auf die Seite kennt. Aber manchmal in der Seite, wenn man nicht auf die Seite denkt. Ich denke, dass ich nicht auf die Seite des Mannes bin. Einmal eine letzte Frage. Wann ist er schlau? Er ist immer bis 4 Uhr. Er ist immer von Verlustern. Das ist auch so. Ich sage, Sleep is for Losers, aber ich spreche auch die selben Kassel. Ich weiß nicht, wenn ich nicht schlafen kann. Ich weiß nicht, wenn ich nicht schlafen kann. Ja, ich denke, wir haben alle Themen verändert. Ich möchte mich über die Augen schließen, die viel vergessen haben. Was ich da für Menschen? Ich würde mich noch mal schütteln. Ich denke, ich würde mich auch mal sagen. Ich denke, wir haben es alles. Sehr schön, sehr schön. Ich möchte mich noch einmal bedanken. Ich möchte die Zierer bedanken. Ich sage, sie ist krink. Wir gehen weg von dieser Zeit. Und wir kommen da überall her. Und wir werden uns sehen. Und wir nennen alle Zierer von Moses Freund. Und alle anderen. Wir kommen da an in der Hotline. Wir schreiben comments und machen Likes. Wir wollen euch bedanken. Und wir wollen sicher machen, dass wir wissen, dass wir uns wissen. Das ist mein Podcast. Für mich geht's. Die heutige Podcast. Das macht eine interessante Sache. Wer ist das mit dem Hals auf dem Markt? Ich weiß nicht. Wir sagen, ob es etwas interessantes ist auf dem Hals auf dem Podcast. Likes wissen wir in den Kommentaren. Wenn etwas ist falsch. Nicht falsch. Es stimmt nicht. Something was off. Und wir sehen uns nächste Woche in zwei Wochen. Sagittag. 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 Vielen Dank.